Hallo, herzlich willkommen bei Bayer. Ich bin Gaby Bayer und das ist mein lieber Mann. Genau, ich bin der Letzler Bayer. Wir sind seit unseres Zeichens Intercoffeur und beschäftigen uns mit ganz unterschiedlichen Dienstleistungen, die einfach legendär und toll sind. Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, ohne Schnitt, alles shit. Bis zum nächsten Mal. Wir sind die Spezialisten für alle Fälle und außerdem, so cool wie wir drauf sind, die nächsten 30 Jahre. Wir sind die Beckhams für Arme, die Bayers. Wir freuen uns auf ihren Besuch, oder? Genau, so sieht's aus. Ciao.